morgen meine lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von feine fantasy 16 ja ihr lieben in der letzten folge haben wir so ein bisschen die vorgeschichte von klein live gesehen ich sollte auch zwischendurch mehr atmen und klein kleif hat mir gerade ein bisschen gefallen und jetzt sind wir auf dem weg ich hab's vergessen auf jeden fall müssen wir den jungen mann vor uns hinterher dessen habe ich auch schon wieder vergessen habe läuft auf jeden fall sehr gut ich habe eine sache vergessen denn ich habe die letzten die letzten sequenzen die letzten das übersehe ich mal kommt die letzte folge gesehen und da war es wirklich noch sehr sehr laut deswegen werde ich mal die musik runter schrauben stimmen auch sollte es zu leise sein immer bescheid geben ne so ich hoffe das ist jetzt halbwegs in ordnung was haben wir denn hier ausrüstung habe ich gerade gesehen ich kotze im strahl kann ich jungen was aus auswählen ja gut ich glaube ich kann hier nichts auswählen stimmt da war irgendwas ich bin auf jeden fall gespannt wie die geschichte hier weitergeht wir werden garantiert noch weitere wunderschöne gegner finden und besiegen doken das wird spannend muss ich hier lang ist der typ schon vorgelaufen habe ich mir zu viel zeit gelassen ich glaube ich habe mir zu viel zeit gelassen wie jetzt muss ich da hoch oder dadurch ich muss dadurch natürlich ich pass auch rein die pfade sind alle zerstört hier rauszufinden wird die hölle wenigstens gilt das gleiche für deren armee und ihren dominus dominus rex ich weiß nicht wieso ich immer an diesen rex denken muss bei den flammen wir sehen nur eis habe ich das gefühl dass ich nicht schneller laufen kann dabei drücke ich ja schon ich glaube ich muss hier lang nein jungs okay vielleicht auch einfach mal hier lang nicht einfach auf mich warten so kameradschaftlich und so ich dachte ich hätte gerade was gesehen da sind sie ich sehe es was sie dir die tarn scheint die eisernen ganz schön zugerichtet zu haben aber wo ist der rest das kann nicht alles sein das blatt scheint sich gewendet zu haben das ist sie der dominus bist du sicher die kristallene orthodoxie ist eine abergläubische religion der extreme bei den eisernen wird gelehrt dass domini unreine wesen sind in sünde geboren nur ihren priestern ist es gestattet sie zu erwecken und da sind eine menge göttend frage ich und auch niemand nicht ich 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 Ja, draufhauen, draufhauen und voll versauen. Hi! Wow! Oh, scheiße, ich bin gerade ausgewichen. Oh, fuck, ich wollte eigentlich... Ich weiß doch schon, wer das ist. Ach, gar nicht. Ich weiß, die Attacke wollte ich die ganze Zeit machen. Was soll ich tun? 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 Oder auch nicht. Ist sie tot? Ich glaube nicht. Nichts. Los, worauf wartest du noch? Oh! 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 Oh, oh! 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 Was zur Hölle tust du da? Lordo Hilda Vimbra! Bewege deinen Arsch hierher und hilf mir, verdammt nochmal! Verzeih, Joe. Auf, hau! Was ist los mit dir, Weiber? Der Dominus. Ich kenne sie. Du kennst sie? Mach auf, Soldat. Ich glaubst du, das interessiert hier jemanden. Reiß dich zusammen. Ei, wie geht's, Jungs? Willst du mehr? Wie, das war's? Das ging schnell. Mit der Fingerzeig. Gebranntmarkt, aber nicht gebrochen. Ich kämpfe nur für mich. Du meinst, das tue ich nicht? Wenn diese Mission hier viel schlägt, dann rollen unsere Köpfe! Also holst du uns ihren, oder ich hole mir deinen. Trufung! Wie schon gesagt, ich werde hier nicht sterben. Und sie auch nicht. Das ging relativ schnell, ne? Okay. Ich muss erst mal die ganzen Knöpfe wieder. Wie hab ich das gemacht? Wie hab ich denn das gemacht? Ich hab klar... Oh, scheiße. Du hast du vergessen, wer dich von der Front geholt hat. Dich trainiert hat. Deinem nichts wie dir ein Name gab. Du sprichst als trügen wir nicht das gleiche Brandmal. Ich hatte einen Namen. Den hab ich nicht vergessen. Willst du dich also weiter an deine Vergangenheit, Klammer? Du bist ein Nichts. Ein Niemand. Du wirst es niemals besiemen. Oh, wir haben ihn fast. Wie macht er denn die... Ich drück die ganze Zeit eigentlich gerade wie ich, ne? Scheiße, Fächer Knopft schon wieder. Haben wir. Stufe erhöht? Na, geht doch. Oh, guckt euch mal die Lebenspunkte an. Ui, 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 ui. Nein. Ui, 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 ui. Ui, ui. Ui, ui, ui. Was ist das? Hi, wer bist du denn? Sit. Wo kommt jetzt der Twilight-Prinzess? Wolf, ja. Der Wolf sieht aus wie von The Legend of Zelda, Twilight-Prinzess. Was? Du musst dich mehr anstrengen, wenn du mich erobern willst. Milady, erstaunert. Und ich fürchte nicht zum letzten Mal. Nicht wahr, du verfluchte Schlange, Sid? Macht euch bereit. Wir haben zu tun. Nö. Hundi! Und wenn das nicht ein fabelhaftes Tier ist? Der Große hat dir grad dein Leben gerettet, weißt du? Torgal. Hä? Sein Name ist Torgal. Ach, ihr kennt euch. Na gut, dann kümmert sich endlich jemand um ihn. Witzig. Hätt' gedacht, du wärst eher der Chocobo-Typ. Clive Rossfield. Komm schon, für die Flammen gibt's nur eine Erklärung. Und zwar den Segen des Phönix. Den Gerüchten hab ich nie geglaubt. Aber du lebst ja wirklich. Hi. Keine Sorge, bin nicht wegen dir hier, mein Hübscher. Für sie hingegen, hab ich mir die Hände gern schmutzig gemacht. Das wird schon wieder. Eine Zweitmeinung kann aber nicht schaden. Pack sie drauf. Keinen Schritt weiter. Ich mein's ernst. Was? Soll sie hier liegen bleiben? Bei uns wär's gemütlicher. Ist schon gut. Warum kommst du nicht auch? Willst du ihr nicht helfen? Äh, Sid, wenn wir zu spät kommen, schimpft Charon mit uns. Ich werd dir alles erzählen, sobald wir da sind. Komm. Ja, du bist ein Feini. Ähm, ja. Ich find's ein bisschen schade, dass wir nicht so ein Open World haben. Und immer nur von einer Dings zu anderen reißen müssen. Also springen. Andererseits gut, aber andererseits schade. Ich will mal jetzt nicht meckern. Ja. Ich will mal jetzt nicht meckern, ne? Also keine Bäume. Also keine Bäume, Vögel oder Magie. Aber das heißt auch keine Nachbarn. Nice. Und niemand, der sich hierher verirrt. Lautsamt ist in die Puppen. Da rein spaziert. Gut. Ufff. Das ist doch eine Ruine der Gefallenen. Naja, wir dachten, sie stürzt nicht mehr. Und die Fäule bleibt auch draußen. Aber wie lebt ihr hier ohne Magie? Was denkst du? Mit Plackerei und Köpfchen. Hast du Hunger? Ob du's glaubst oder nicht, die wachsen hier drin. Hm, dann nicht. Wieder zurück? Ah, Taya. Und das ist der Dominus? Will leider nicht aufwachen. Hat er gehofft, dass du sie dir mal anguckst? Alles klar. Götz, bring sie nach oben. Aber was ist... Meinst du Karons Gebühr? Ist alles schon bezahlt? Wirklich? Taya ist die beste Heilerin weit und breit. Sie ist in besten Händen. Gut. Sieh dich um. Ich bin oben. Ein neuer Eckstein. Eckstein, Eckstein. Alles muss versteckt sein. Hui! Öffne eine Karte des Bereils, in dem du... Ja, Zielorte und Hauptstädte sind auch hier mit dem... Okay. Ich sprich mit Kitty in seiner Kammer. Ich dachte, ich soll mich umschauen. Was dein immer noch Hunger? Ja, irgendwie schon. Wobei, ich hab's sehr gut gegessen. Ich bin so voll. Hi! Hi! Finde ich genauso. Wo geht's denn hier lang? Noch ein neuer! Hi! Halt dich besser an unsere Regeln, sonst siehst du die Zellen bald von innen. Ich bin gleich und liebe Umarmung. Wenn willst du mal... Okay, jetzt ist es nicht interessiert. Äh, nee, ich glaub ins Wasser möchte ich nicht. Der Boden im Waschraum hält also wieder? Ja, der hält. Fürs erste Gelegenheit. Ein neues Schwert brauche ich auch. Dann musst du mit Schledern sprechen. Dann meinst du, er ist ein Soldat? Würde mich wundern, wenn nicht. Wartet mal. Ich rieche den Krieg an dem Kerl. Redet sie und hat eine männliche Stimme? Oh, guck mal, die haben dasselbe Symbol wie ich. Hallo! Die haben alle dasselbe Symbol. Anstatt ein Gläschen mit seinem alten Kumpel August zu trinken, verkriecht er sich gleich wieder in sein Kämmerlein. Fühlst du dich vernachlässigt? Ein bisschen. Uiuiui, ist das dunkel. Höchst bedenklich. Das sag ich auch immer. Wenn du lesen kannst, lass es Otto nicht wissen. Sonst da geht es dir wie mir und er spannt dich bei der Buchhaltung ein. Oh Gott. Bilanz und so. Der Blitz schlug ein und brach sein Joch. Sein Leben ward befreit. Donnernd gerollt sein Schicksal, doch zum Kampf ist er bereit. Cool, dass sie so eine Gesangs... Na, gefällt's dir? Heute Morgen bin ich aufgewacht und war inspiriert. Wunderbar. Bombe. Ähm. Ich glaube, ich muss hier hoch, ne? Ach, der Dreck nimmt einfach kein Ende. Nee, aber cool, dass sie wirklich auf Deutsch das singen, auch dementsprechend das eingesungen wurde. Hört man selten? Oh, Hühner. Hi. Sitt hat mir mal gesagt, dass die Fäule das Land nicht tötet, sondern es nur vergessen lässt, was es einmal war. Ja. In der Zeit wird es sich seiner Rolle wieder gewahr werden. Wir müssen ihm nur ein wenig auf die Sprünge helfen. Natürlich. Alzheimer bei der Natur. Beugen. Servus. Dein Brandmal. Damit könnte Tarja dir vielleicht helfen. Was für ein Tram? Du wurdest zwar als Sklave geboren, aber jetzt bist du ein freier Mann. Was für ein Brandmal hat das auf meiner Wange? Es hilft doch nichts. Das wissen wir erst, wenn du die Medizin nimmst. Genau. Und dann einfach mal aufs Klo gehen. Die Äpfel sind mir viel zu sauer. Doch, sie jammern. Ich würde auch mal gerne wieder einen Apfel essen. Ich bin aber alergisch dagegen. So, der Kumpel möchte nichts mit mir besprechen. Und da komme ich zur Taverne runter? Ja. Arbeiter an einer meiner kleinen Ideen. Will nur leider noch nicht richtig zünden. Na dann, lösen wir doch einmal das Mysterium des Clive Rossfield. Ein Träger der kaiserlichen Armee, der hinter feindliche Linien geschickt wurde. Um dort zu warten, bis Chaos ausbricht und dann den Dominus totzustechen. Ich konnte nicht wissen, dass sie es war. Also hast du sie geschützt, deinen Vorgesetzten getötet und dann das Weite gesucht. Dabei aber vergessen, was der Kaiser von Desertion hält. Denn mit dem Ding im Gesicht hättest du es ohnehin nicht weit geschafft. Ihr seid tief gefallen, Lord Rossfield. Aber lass dir davon nicht den Durst verderben. Was hast du mit ihr vor? Vorhaben? Na gar nichts. Sie ist jetzt endlich frei. Denkst du, wir säßen hier, wenn ich was vor hätte? Ich will euch nur helfen. Domini wie ihr, Trägern wie dir. Leider steht die Welt gegen uns, deshalb dieses Versteck. Du wärst bei uns willkommen. Wir brauchen Leute, die ein Schwert führen können. Was sagst du, Clive? Machst du mit? Cid, richtig? Was Jill angeht, glaube ich dir. Aber bis mein Bruder gerecht ist, gehe ich meinen eigenen Weg. Gerecht? Er wurde ermordet. Von einem zweiten Dominus des Feuers. Der böse Zwillingsbruder. Na, sieh mal einer an. Noch ein Gerücht bestätigt. Dass ich heute noch hier stehe, verdanke ich Joshua. 13 Jahre habe ich auf diese Chance gewartet. Habe im Dreck geschlafen, aus Pfützen getrunken, unzählige Menschen getötet. Du hast recht. Der Kaiser duldet keine Deserteure. Aber das ist meine beste Gelegenheit. Meine letzte. Genau deshalb solltest du bleiben. Ich habe doch gesagt, ich... Naja, ist ja gut. Mein Speer hat mir von Trägern erzählt, die im Norden untergetaucht sind. In einem Dorf namens Kielbrück. Er meinte, dass einer ein Dominus des Feuers sein könnte. Ist das wahr? Fragen wir ihn doch einfach. Das heißt nicht, dass ich bleibe. Bereit dich gut vor. Unten in der Halle findest du alles, was du brauchst. Oder vielleicht auch nicht brauchst. Viel Spaß. Ähm. Schmiede vielleicht? In die Halle. Okay. Sie braucht jetzt viel mehr. Ich lasse niemanden zu ihr. Okay, das scheint Jilly-Milly zu sein. Oh. Ich wusste es. Oh, nein. Götz, oder? Ich bräuchte Hilfe. Sid meinte, ich soll mich vorbereiten. Wen frage ich da am besten? Äh, äh, also... Tante Karon könntest du... Äh, äh, nee. Warte mal. Geh lieber erst zu Schledon, dem Schmied. Da war nicht besonders gesprächsisch, mein Freund. Dann auf zur Schmiede. Äh, äh, halt! Hier! Nimm das hier mit! Schledon hilft nur, wenn er was dafür bekommt. Mir zumindest. Sehr freundlich, mein Freund. Ich gehe von dann. So, hi, mein Freund. Kann sie weiterhämmern. Äh, hier? Wenn du das hier nicht willst, schütt dich's halt weg. Äh, verdammter Götz. Schon gut, schon gut. Nur nichts überstürzen. Dann lass dich mal ansehen. Äh, das würde doch kein Mogri-Furz abhalten. Elende-Kaiserliche. Die sehen ihren Trägern wohl gerne beim Verrecken zu. Ich tue, was ich kann. Aber nur für Götz, klar? Hey, bei einem Schmied kannst du Ausrüstung verbessern oder neue Ausrüstungsgegenstände herstellen. Wenn du den Bauplan und die richtigen Materialien mitbringst, Punkt. Doof, komm, doof, ja, ausgesprochen. Wähle einen hervorgehobenen Eintrag aus der Liste und halte A, um einen Gegenstand herzustellen oder zu verbessern. Nur eine Sache? Wenn du noch mehr willst, bring dein eigenes Material. Werde ich mir merken. Danke. Kleiner Rat von mir. Lass dich nicht von Sid herumscheuchen. Wenn sich im Versteck etwas verändert, geändert hat, erscheint rechts oben auf dem Bildschirm ein Hinweis. Neben neuer Ware in Chaos, Büdchen, ich würde gerade Chaos sagen, und neuen Schmiedebauplänen im blühenden Armboss machen Hinweise auch auf neue Aufträge, Briefe und vieles mehr aufmerksam. Neue Inhalte werden im Spiel sowie auf der Karte mit dem Mhh-Symbol markiert. Ich sollte wohl Götz danken. Fass dich kurz. Und, was darf sein? Bring mir das Material und ich denk drüber nach. Shit. Ich will eher das Schwert haben. Wenn ich das nämlich mache, habe ich kaum was für die Dinger. Oh, ich habe zweimal Breitschwert. Kannst mir später danken. Ja, danke. Komischerweise habe ich nichts mehr. Ist noch was? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Naja, wie der Koch sehe ich ja wohl nicht aus. Na doch, ein bisschen. Oh. Bauchredner. Das ist so. Oh, so, okay. Mhm. Schmiede hier die heißeste die ist seit der Hölle und das ohne. Wie auch immer. Okay. Dann ab mit dir. Lass Sid nicht warten. Sofort, mein Freund. Sofort. Ähm. Gegenstände. Ja, gut. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte Ausrüstung. Oh, ich hätte gerne... Mann. Was habe ich momentan? Ach, das habe ich. Y habe ich auch. Fertigkeiten. Ich wollte sparen. Auf irgendwas. Irgendwas. Ich spare. Achso. Ich bin nicht gemeint. Ich, äh, nun... Komm schon, fast geschafft! Du, hol Decken und nicht tröneln. Hm. Na, das ist mal wieder nicht so gut gelaufen. Hey, seid ihr zum Gaffen hier? Holt gefälligst Wasser! Äh, ich gehe welches holen. Geh mal und frag, ob Otto Hilfe braucht, ja? Nö. Was, ich? Muss ich? Oh, mein Lieber. Wo habe ich mich da bloß reingeritten? Das denke ich mir auch immer. Ja. Wer ist das? Hm? Befreite kaiserliche Träger. Wer bist du denn? Ha, 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 ha! Verflucht. In dem Zustand macht das nicht mehr lange. Los, geh schnell die Treppe rauf zur Krankenstube. Schick uns Taya. Na, geh schon! Beweg deinen Arsch! Na klar. Ich riege. Ich kenne mich hier auch aus, ne? Hi. Du hast mich voll gequarkt. Quark. Hab das Tier vergessen. Er wird es überstehen. Aber ich muss beide noch gründlich untersuchen. Die Arbeit hört nie auf. Und wieder ein ganz normaler Tag bei uns. Kommen viele Träger in so einem Zustand hier an. Ist nicht einfach, seine Ketten zu sprengen. Und wenn sie den Mut dazu aufbringen, sind viele schon zu schwach. Die zwei haben Glück gehabt. Ich bin Otto. Hast du Fragen? Dann komm zu mir. Nun, Otto. Ich bräuchte Ausrüstung. Ist das alles? Dann wird Karon da drüben dir sicherlich sehr gerne weiterhelfen. Gut. Oh. Und danke. Man sieht sich. Jo. Eher nicht. Ich bleib nicht lang. Mag ja sein. Ach, gleich. Aber noch bist du hier. Also sei willkommen. Du hast uns geholfen. Das vergessen wir nicht. Hey, ich hab da nur eine Person geholt. Mehr hab ich nicht gemacht. Können die Menschen heutzutage nicht auch so dankbar sein wie in diesem Spiel? Nee, heutzutage bekommt man noch nicht meine Auf Wiedersehen oder Schönen Tag gewünscht. Acht auf Charakter mit dem grünen Symbol über dem Kopf. Dies bedeutet, dass sie einen Auftrag für dich haben. Oh, nee. Nebenaufträge. Da bin ich ja immer voll hinterher. Nicht? Ja, das mit der Musik las ich mal wieder. Ihr solltet vielleicht auch mal speichern, ne? So, gelegentlich mal zwischendurch speichern. Ich muss mich für meine Reise ausstatten. Otto hat mich zu dir geschickt. Ach so? Und du, Neuling, hältst es nicht mal für angebracht, dich vorzustellen, ehe du so dreist Forderungen an eine alte Frau stellst? Ich bin Clive. Ach, Clive. Der Hund ist also deiner, ja? Seit er Sid eines Nachts hierher gefolgt ist, bekommt er Futter und Streicheleinheiten von mir. Das kannst du jetzt wieder übernehmen. Aber wehe, du verlierst ihn noch mal. Mach ich. Danke. Ich pass auf ihn auf. So. Kaufst du was oder nicht? Was? Dachtest doch nicht etwa, dass du hier was umsonst kriegst, während du mit klimpernden Taschen durch die Gegend stolzierst? So läuft das nicht im Leben, Junge. Die ist ganz schön zickig. raus mit den Kröten. Sofort, ich gieße mir mal schnell was ein. Mitte und Ausrüstung können in ganz beinahe übergossen gekauft werden. Ihr Bestand verändert sich im Laufe der Geschichte. Schau es immer wieder rein. Okay. Wissen wir Bescheid? Wie viel Geld habe ich eigentlich? Uh, 500. Ich könnte ein Breitschwert holen. Kauf ich einfach? Ja, Lolo. Nein, warte. Ich habe doch ein Breitschwert. Hä? Warte mal, habe ich nicht ein Breitschwert? Nee, das ist auf jeden Fall besser. Nee, habe ich nicht. Ach, bist ja doch ein armer Schlucker. Jetzt stehst du also zu ihm? Was habe ich nicht alles für dich getan? Na gut. Greif zu, ich mache eine Ausnahme. Aber nur dies eine Mal. ich muss sowieso wieder Platz für meine nächste Lieferung machen. Danke. Dank nicht mir. Dein Hund ist schuld. Ich glaube nicht, dass es ein Hund ist. Das sieht eher aus wie ein Wolf. Also schön auf die Finger aufpassen. Wartet mal, bevor wir hier irgendwas machen. Ja, das ist besser. Sehr schön. Müssen wir mal gucken, ob wir das noch irgendwie aufrüsten können bei Schmidgard oder wie der heißt. der Areti-Stein ist jetzt verfügbar. Dieser virtuelle Kampfplatz bittet gleich einen sicheren Ort, um neue Fähigkeiten zu erproben. Ja, okay. Ja, muss ich? Ich muss echt? Nö? Oh, nee. Ich muss echt. Ihr Haale des ewigen Eifers. Ich überfliege das einfach mal. Oh, ist ja cool. Ich hoffe, ich komme hier wieder raus. Ja. Und wie komme ich hier wieder raus? Ja, war gut. Die hat mir gefallen. Kann ich das nochmal machen? Schade. Wie habe ich denn das hinbekommen? Okay, kann ich hier wieder raus? Und das ist immer dieses Ding, was ich hasse. Oh. Erhübung beenden. Ja, bitte. Oh. Ich glaube, in irgendeinem Spiel bin ich nicht mehr rausgekommen. In diesen Testraum. Fertig. Schon wieder auf dem Sprung? Aha. Vermisst du mich etwa jetzt schon, Charon? Nicht weinen. Würde dich sowieso nicht aufhalten. Auf ins Vergnügen. Gut. Nutze die Weltkarte, um dich sofort an bereits besuchten Orten zu begeben. Nimm du die Hauptsätze. Okay. Nein. Ich will nur mal kurz gucken, ob er mein Schwärzchen nochmal machen kann. Ach, scheiße. Welches ist denn jetzt welches? ich bin leicht überfordert, mein Freund. Leicht überfordert? so, das war vorher 80, das haben wir hochgepimpt auf 90, das ist gut. Und den reskapiere ich nicht. Läuft also. Gut. Sollte ich speichern? Eigentlich ja, ne? Wer weiß, ob irgendwann mal Boris abstürzt, das kann ja alles passieren. oder ich sollte erst mal die grünen Punkte ablaufen. Brauchen die vielleicht Hilfe da drüben? Du sollst bitte rühren, nicht probieren, bis der Topf leer ist. Oh nein. Ne, Mission. Eigentlich bin ich nicht Der Dreck nimmt einfach kein Ende. Ich gehe hier schon in einen Tag. Oh, lass uns Sachen klauen. Lass uns mit meinen Schuhen auf sein Bettchen, äh, auf sein Kopfkissen klettern. Keine Ahnung, ich habe doch hier oben irgendwo ein Buchsymbol gesehen. Was ist komischerweise nicht mehr sehr. Gut, die grünen Teile, das waren hier alles immer Neemissionen. Mache ich nicht. Wohin als nächstes? In der Hause. Ähm, ja, erst mal noch nicht. So, und dann Lichtschein und dann einmal die Karte. hier, zu denen wollte ich. Ich muss erst mal raus, ne? Ne, warte, Wätenkarte. Was ist hier hinten? Ein Schokobo. So ist es gut. Du hast Hunger, was? Ob meins noch lebt? Oh, da müssen wir hin. Na dann, Feuere Juhu. Krepelhütten, ich kenn's. Teilpass nehmen sollen. Aber auf dem Pass sind wir schutzlos. Man hat sicher ein hübsches Sümmchen auf uns ausgesetzt. Also Kopf einziehen. Außerdem, so eine kleine Abkürzung durch den Wald hat doch auch was. Die Fäule breitet sich immer weiter aus. Dass es solche Orte noch gibt, ist ein wahres Wunder. Einschließlich fliegen. Wir kommen bald im Kaiserreich an. Alles klar. Ging nie besser. Wenn du das sagst. Ein fabelhaftes Tier. Keine Angst vor nichts. Ein echter Jäger. Schön, dass du wieder da bist. So, lass uns hier raus, bevor es dunkel wird. Na, dann los. Toga hat sich der Gruppe angeschlossen und kämpft nun an Kleids Seite. Mit kannst du zwischen Schnellmenü und Toga Kommandos wechseln. Die folgenden B3 Befehle angreifen, heilen. Na, das wird ein Hit. das wird ein Hit. verlangsamt die Zeit vor vermeidbaren Verlangsamt die Zeit vor vermeidbaren Ah, deswegen macht Leif die ganze Zeit die Aktionen von alleine. Ah, die sind alle gut. Ja, wir gucken mal an. Tödliche Viecher, aber mit denen wirst du schon fertig. Sehr beruhigend. Dafür bin ich da, dafür und für die Abkürzung. Und ich dachte die ganze Zeit, ich habe irgendwie das Spiel zu einfach eingestellt, dass Leif die ganze Zeit die Attacken von alleine macht. Dass ich dann nicht x drücke und der macht dann irgendwas. Aber okay, das ist der Ring, der macht. Aber ich habe noch mehr Finger als nur drei. Ich lasse das mit den x. Wir haben noch einen weiten Weg. Otto halbwegs gut funktioniert, glaube ich. Vielleicht erbarmt sich gleich und gibt uns noch einen Finger. Meine Güte, was macht dieses Ding denn so weit im Süden? Er sucht Beute. Keine Wölfe mehr da oben. Die nördlichen Gebiete wurden als erstes von der Fäule verschluckt. Armes Viech wird ihn ja füttern aber am Ende frisst er noch den Hund. Gehen wir ihm einfach aus dem Weg. Na, das glaube ich würde so einfach nicht sein. Ich habe vergessen zu erwähnen von den Sträuchern hier solltest du nichts pflücken. Das wird dir erst selbst sein. Dass sie nicht entkommt. Noch noch das war es. Dank sie dir. Schneid meine Wunden. Eigentlich habe ich das nicht gedrückt. Du weißt das zu nicht. Du weißt du du weißt du geh die Augen offen. Du weißt was du bist. Wie Togai da gerade ist. Das Unterholz ist erledigt. Ich gehe wieder vor. Ich muss so aufpassen bei das Steuerkreuz unten, wo ich hier immer den Hund auswähle. Das hat schon von Anfall an nicht so gut funktioniert. Da drücke ich immer nach links und dann nimmt er den knapp oben. Warum auch immer. Mal gucken wie es weiter geht. Wird wahrscheinlich noch öfter schief gehen. Hätten die sich nicht rein quetschen können? Ist ja nett. Ruinen sogar hier gibt's die früher soll der Himmel voll mit ihnen gewesen sein. Jetzt stecken sie alle in der Erde. Da könnte man sicher eine Lehre draus ziehen. Aber nicht jetzt. Weiter. Kopf einziehen. Ja, sicher. sollt mich öfters mal umgucken, ne? Ganz viel Holz fürs Lagerfeuer. Die Musik hört schlagartig auf. Hier kommt doch gleich irgendwas. was. Boah. Was du nicht sagst. Nicht zufällig ein Freund von dir, oder? Nein, so. Ja, 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 ich habe eigentlich gedrückt gerade. haben wir also ja hier muss irgendwo ein nest sein halt die augen offen natürlich der erinnert mich wirklich an link von the legend of zelda twilight princess der hatte auch so ein armen reif oder fessel besser gesagt mir scheint es nicht mehr lang zu gehen bist du da um die schöne abkürzung und was hast du gefunden kein fuß wenn du dich einmal verlaufen soll es heute gedrückt und lass dich von tolgat spüren hast du auf den richtigen weg leiten wenigstens einer kennt sich hier aus welt danke für die übersetzung nicht aus diesmal bin ich aber nicht schuld ich glaube das interessiert die rechts ich glaube das interessiert die rechts was passiert hier ja das habe ich nicht gern getan ich auch nicht heizte getrückt um okay hier müssen wir rein oh warte konnte ich ihn streicheln ich hätte ihn streichen können glaube ich nein ich hatte um ein herz gerade noch gesehen aber da war schon durch und ich hätte ich gerne gerade gestreichelt war das wird groß wie sie ist doch schon jetzt bin ich war das will ich hoffen das sollte nicht zu lange dauern ist ja eine tolle abkürzung ist doch kurz nur nicht ganz so schnell aber wenn du mit anpackst geht es schneller das wollte ich gerade du weißt was zu tun ist oh ich habe gerade gedrückt ich habe gerade gedrückt ach fuck ich drücke jetzt die ganze zeit den peitschen habe zum ausweichen jetzt Ich schau mal, Gosa. Der hat wohl schlecht geschlafen. Da wird mir schon beim Zuschauen schwindelig. Den Dumpen auf seinen Kopf seien esLYzu. 5. Wo du siehst, sind dein Seinen Luxus und drauen morgens. Aber ihr geven klareч Olympus, PK oder noch vor Schtheit vielleicht mal Geld. Alle Geld hinschen die Tausenden undillo municipelern müssen. Von mir teilen. Ja, geht doch. Haben wir ja. Okay. Da zuckt ja noch. Was ist mit dem los? Warte, ein auf der will, mein Freund. Du bist ein Dominos. Bin ich? Ja. Nicht, weil ich es wollte. Eine ganze Welt voller junger Hüpfer, aber nein, mich groben Klotz musste Ramuh heimsuchen. Sit. Wenn du Dominion Trägern helfen willst, was hast du davon? Was ich davon hab? Dasselbe wie alle. Was wir wollen und verdienen. Unsere kleine Macke soll uns nicht zu Menschen von geringerem Wert machen. Die Gabe ohne Kristalle Magie zu wirken müsste Achtung verdienen. Doch wir sind Geächtete. Man saugt uns aus und wirft uns weg. Und wofür? Warum lassen wir das zu? Verstehe. Mit anderen Worten, du willst einen Krieg. Sehr schmeichelhaft, aber diese Tage habe ich schon lange hinter mir. Nein, ich möchte nur, dass wir die Wahl haben, so zu sterben, wie wir es uns aussuchen. Ich will mal kurz was ausprobieren. Ja! Ich kann streichen. Sorry. Ist das knoffig. Habe ich hier alles schon eingesammelt? Okay, beklemmend kann ich dich nicht beklemmen. Ja. Ja. Fein. Was genau hast du vor, wenn du diesen Feuer Dominos findest? Was glaubst du? Freundschaftsschließen. Ich frage mich, wer der König war, den wir gesehen haben. Oh. Oh. Falscher Knopf. Ich wollte. Und hier schnell. Schnapp sie dir. DieAN, fast Korgade. Nicht übermütig. Ja, Feini. Ich glaube, das werde ich jetzt die ganze Zeit noch nicht treffen. So, wir gucken uns nochmal kurz hier um. Oh, Feini. Geh zurück! Nein. In Handumdrehen. In Handumdrehen. Ah, das schaffen wir schon. Kann ich hier irgendwie nach oben? Ich glaube, hier oben war noch ein Teil. Vielleicht komme ich ja da noch hin. Ja, okay. Ja, warte. Ich habe mich verliebt. Oh, guck mal, was haben wir denn da? Spielzeug? Ja! Ja! Ja, du weißt, was du tun hast. Nichts, sondern nicht. sehr schön haben wir haben wir das haben wir alles eingesammelt zwei tränke sind voll sehr schön oh sorry keine ahnung ich war gerade irgendwie auf b aus mit aufmachen noch mal ganz kurz fertigkeiten das wollten wir haben haben wir sogar lernt gut ich den wollten wir eigentlich auch machen das habe ich doch schon die macht ja ab und zu mal gut 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 ut ich glaube ich war noch ein bisschen die teile kann ich ja alle noch verbessern oder meistern aber eigentlich kann ja die außer die durchsichtigen die kann er nicht die überlegung ist ja da ich spare noch ein bisschen sollte ich speichern ja das sollte ich auch mal gelegentlich immer wieder tun wir machen einfach neuen spielstand sehr schön wie ihr seht die u-zeit ein valuta was macht er denn hier folgen die und wie abgesprochen alle dort gleich unten im dorf sehr gut gehen wir was ist mit meinem geld war ich euch nicht treu ja seine majestät schätzt die treue als höchste aller tugenden aber du hast deine freunde für ein paar lausige gilt verraten diese frau benedicta haman kopf der königlichen späher valuz das wäre vielleicht die chance ihr da waffen runter kaiserknechte wo ist die frau hin bringen wir es hinter uns wieder ein typ einfach ignoriert wird wenigstens keine riesenexen für die herren des windes knapp vorbei so weit was zu tun ist zeig es ihnen groß hohoho ich bin zu tun hier drüben war wenn ex genau dann wenn ein gegner dich angreift okay um seine attacke zu parieren eine erfolgreiche paraha okay ich sehe hier gar nicht mehr durch wenn der bildschirm in schwimmer in kampf orange leuchtet drücke wiederholt x um den ok das habt ihr gerade gehört oder 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 also in Hallo, ich würde gerne danke. Er ist erstmal getroffen. Ja, es ist dann. 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 Ja, es wird er gut hinbekommen. Ja. Ja, es ist dann. Ja. 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 muss sagen gleich gibt es nicht die größte mühe zu rennen gesagt getan davon sind leute freund oder feind ist die frage definitiv warum was wollen sie dann frag doch mal die nächsten die wir treffen das klappt bestimmt das darf man streicheln er umschafft freigeschaltet ich guck mal kurz was hier oben ist was haben wir denn hier oben ich glaube hier ist nichts mehr nöp gut gut einfach nur gut ich glaube wie gesagt groß werden wir hier nichts finden ein bisschen umschauen können wir ja 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 und was war zwar das mutter was was ist eine mutter krepp gut ich glaube wir können los und bisschen haben wir uns hier um geschaut und in der mitte sehe ich jetzt nichts was irgendwie wichtig sein könnte und hier braucht irgendwas auf dem boden ja links rechts links rechts ich komme auch hier immer noch bisschen langsam vor wahrscheinlich ich komme ja nicht es war ja ich glaube das ist ja okay ich bin Was tun wir jetzt? Suchen wir unseren Speer. Du von hier? Ich gehe hinten rum. Und was mache ich, wenn ich ihn finde? Gute Frage. Schreien. Ich schreie nach dir. Subtil. Ich weiß ja nicht mal, wie er aussieht. Oh. Ich hätte auch die Treppe nehmen können. Irgendjemand muss hier doch sein, oder? Du Freund oder Freund? Oh, du bist Kitt. Gut, dann gehe ich erst mal hier lang. Sit, nicht Kitt. Och. Das klingt wie ein Kind. Oh, Kindchen, hast du deine Mama verloren? Äh, suchst du deine Mama, wollte ich eigentlich sagen. Sorry, das wollte ich nicht so sagen. Keine Sorge, ich gehöre nicht zu denen. Mein Freund und ich, wir, wir sind kaiserliche Soldaten und wollen helfen. Weißt du, wo deine Eltern sind? In... In der Kirche. Dann werde ich sie finden und dafür sorgen, dass sie in Sicherheit sind. Du bleibst hier in deinem Versteck, ja? Das nennt sich Versteck, das nenne ich eigentlich sehr auf dem Prinzessin-Tierteller. Okay, gehen wir mal zur Kirche. Hier unten? Nein, oben. Hätten wir jetzt Sit irgendwie Bescheid geben müssen? Hier ist keiner. Hier unten. Der Mann verreckt hier. Wir brauchen einen Heiler. Maul halten da drinnen. Du bist spät. Mach Platz. Wer bist du denn? Clive! Dachte, du kommst nicht mehr. Du lebst ja noch, Gav. Gerade so. Hab mich um die Leute hier gekümmert, aber... Du hast tatsächlich geschrien. Alles gut, er gehört zu mir. Sind das alle? Nein, es waren noch mehr. Die Valute haben vorhin einige der Träger hier rausgeschafft. War ein Dominus dabei. Kann sein. Ihm stand es nicht auf der Stirn geschrieben. Er hat doch nicht wirklich gefreundlich. Ich bin freundlich. Warte, ich bin freundlich. Ich rette gerne Lehm. Ich rette auch Deins. Wirklich. Ich bin aber nicht gerade schnell unterwegs. Ich weiß nicht, wieso. Wahrscheinlich, weil es bergauf geht. Ich glaube, Toga ist hinter mir. Ja, der... Mein Freund. Lass uns Freundschaft schließen. Neues von den Spähern? Noch nicht, Menedi. Doch wir haben seine Begleiterin. Also wird der Dominus sich früher oder später zeigen. Sehr gut. Und die Träger? Sie sind bereits auf dem Weg nach Cairn-Norvan. Vielleicht brauchen wir sie noch, falls uns der Dominus entwischt. Alles unter Kontrolle. Sie werden nicht zu Schaden kommen. Ihr habt mein Wort. Meine Herren, zum Wohl. Stoßen wir an. Danke. Trinken wir auf die Herren des Winds. Und den König. Den Fussel trinkt man hier? Tja, das erklärt zumindest ihren faulen Atem. Lady Benedikta, Kaiserliche! Hallo! Ich rattle ihm. Statt sie umzubringen, führst du die Ratten direkt zu uns? Gnade! Na, wen haben wir denn hier? Ein kaiserlicher Träger. Gut. Hatte schon Langeweile. Gehen wir das mit umasgün. Gehen wir das mitmachen. Was ist das denn? Was ist das denn? Eins ist jedenfalls sicher. Es entschuldigt meine Erklärung. Ich bin ausgewichen eigentlich. Was ist das denn? Haben wir. Was, wir haben sie schon? Ich dachte sie steht nicht mehr auf. Ups. Gar nicht mal so schlecht für einen Träger. Clive! Was für eine Überraschung. Die Drecksarbeit überlässt du immer noch deinen Schützlingen? Du hast dich damals nicht beschwert, Benedikta. Sag, Sidolphus, sei ehrlich. Warum hast du dein Königreich verraten? Das war eine Frage, Herr Kommandant. Warum? Ich hatte einfach genug von dir und deinem König. Was willst du dann hier? Das sind meine Träger. Was hast du vor? Das geht dich doch nichts an. Lady Benedikta! Wir haben den Dominus gefasst! Ach, mir hat man seine Ruhe. Wir haben den Dominus gefasst. Und weg ist sie. Hat sie gesagt, wo sie hin will? Nein. Dann zurück nach Kielbrück. Vielleicht weiß dort jemand mehr. Wir können sie doch nicht! Überlassen wir das unserem Gav. Der Kerl hat einen Riecher für sowas. Glaub mir. So, so. So. Also, es ging nicht um die Träger, ja? Sie wollten einen Dominus? Richtig, ja. Sie dachten, wir verstecken ihn. Wer holt sich denn freiwillig so einen Monster ins eigene Haus? Nicht für ungut. Als niemand geredet hat, haben sie die Träger zusammengetrieben. Und die anderen dann auch gleich alle. Ganz schön ruhe Gesellen. Haben sich wohl erhofft, dass jemand von euch auspackt. Ja, genau. Wisst ihr, es wäre nicht so weit gekommen, wenn ihr meiner Einladung gefolgt wärt. Ja, da hast du wohl recht, aber wir haben leider keine Wahl. Unsere Heimat ist hier, ja. Das heißt nicht, dass wir dir nicht helfen. Und darauf trinke ich ein. Oh, treibet die Kund von Prinz Dion ins Land. Hat Dutzende Drachen gezähmt und gebannt. Jahrhunderte Scharen führt er an der Hand. Und tausende Feinde sind rasch übermannt. Er fährt aus dem Himmel und spaltet die Erd. Sein Speer hat den Stirn sich vor jedem verwehrt. Und wenn auch die Zeit der Mord neigt. Sein Name wird Hallen. Dreizehn Jahre sind das. Ein Feuerdominus hat meinen Bruder vor mir ermordet. Und ich konnte nichts tun. Aber jetzt kann ich es. Ich kann den Schuldigen dafür umbringen. Und mein Bruder in Frieden ruhen. Und danach ist mir alles egal. Schicksal. Ich wette mit euch Joshua lebt noch. Währenddessen. Dramatisch. Die große kaiserliche Armee zeigt uns ihr wahres Gesicht. Eine Hand voll stümperhafter Gauner und Feiglinge, die sich hinter steinernen Mauern verstecken müssen. Gut, Bahamut mag hunderte Heerscharen führen. Doch verteidigt er vielleicht ein Kartenhaus, das beim kleinsten Windstoß in sich zusammenfällt. Und es geht um die Kartenhaus, sie haben ein Kartenhaus, das in der Kartenhaus zuzuhalten. Und es gibt sie auch. Und es gibt sie auch die Kartenensonen. Und es ist nicht so gefehlt. Und es ist noch ein Kartenhaus. oduch. Und manchmal gibt es eine Kartenhaus. Und es ist nicht so gefehlt. Und es ist auch einébbisch. Kein Eisbücher. Und es gibt eine Karte. Vielleicht bist du abgelenkt. Mein Angebot steht noch. Schließ dich uns an und du erhältst den Respekt, der unsereins zusteht. Ich gebe dir etwas Zeit zu überlegen. Sei nett zu Ihnen, ja? Ich gebe dir etwas Zeit zu überlegen. Sie haben die Träger dort eingelocht. Kein Zweifel. Benedikter wird mit einer kleinen Gruppe gereist sein, um unbemerkt zu bleiben. Das heißt, die Gefangenen wird sie an kurz alleine halten. Wie auch den Dominos. Ja, wir beide suchen uns einen Weg rein und drin spüren wir sie auf. Äh, und was mache ich? Gute Frage, Gav. Du wartest vor dem Kehr und siehst zu, dass die Träger wegkommen. Wie langweilig. Kann er das nicht machen? Clive hat nicht einen Riecher. Im Dunkeln stolpert er doch eine Klippe runter. Komm schon, Gav. Du bist der Mann dafür. Tja, wenn du's so sagst. Dann geh ich am besten schon mal vor und seh mich gut um. Wehe, du lässt ihn hängen. Schon klar. Also, geht's los? Nicht so schnell. Wir warten bis morgen. Aber warum denn das? Wenn wir jetzt schon gehen, kommen wir genau an, wenn's dämmert. Willst du mit den Wachen dort frühstücken? Denk nach, Clive. Die sind noch nicht lange da. Wir müssen nichts überstürzen. Das ist unsere einzige Chance. Die wollen wir nicht vertun. Oder? Nein. Interessant. Wir holen den Derminus zurück, der unseren Bruder getötet hat. Oder er ist es vielleicht selbst, ne? Äh, ja. Jetzt, wo das geklärt ist, will ich dir jemand vorstellen. Um die Zeit? Ihm gehört die Taverne. Wenn er gute Laune hat, lässt er uns über Nacht bleiben. Wenn er gute Laune hat. Na, mit denen quatschen wir noch. Ähm. Oh. Da ist er doch. Quinten, mein Bester. Wir würden gern bei dir übernachten. Das dachte ich mir. Wo hast du den gefunden? Den her. Die Geschichte glaubst du mir eh nicht. Quinten hier ist ein alter Freund und steht im Grunde auf unserer Seite. Ach, wirklich? Also weiß er auch von eurem Versteck. Wer hätte gedacht, dass es so viele gibt, die Trägern helfen wollen? Soweit ich weiß, landet man für sowas schnell auf dem Schafott. Der Gefahr bin ich mir bewusst. Doch sie zahlt sich für mich aus. Und was könnte sich mehr lohnen als ein eigener Dominus des Feuers? Ein Dominus, nein. Einen Dominus hab ich hier noch nie gesehen. Natürlich nicht. Nein, aber in Kielbrück bleibt nichts verborgen. Nicht einmal ein kleines Brandmal. So etwas bemerkt man hier, sofort. Und wie ein herumschnüffelnder Träger behandelt wird, kannst du dir sicher selbst denken. Dein Blick verrät, dass du fürchtest, auf taube Ohren zu stoßen. Wie so oft, seit dem Tag, an dem du gebranntmarkt wurdest. Kopf hoch. Ich habe nämlich eine Lösung für dein Problem. Kleiner Freundschaftsdienst für Sid. Für dich. Du wirst erstaunt sein, wie schnell du die Leute damit zum Reden bringst. Den Gehengten? Was? Die Mütter dich segnen. Oh, Mommis. Die mich segnen. Auch wenn wir in St. Breck sind, hier in Kielbrück, ist sein Wort Gesetz. Und wieso? Das willst du erstmal nicht wissen. Glaub mir. Jeder Mensch in Kielbrück weiß, was das Siegel bedeutet. Und was passiert, wenn man nicht spurt. Wir können hier sitzen und Däumchen drehen oder mit deinem neuen Geschenk den Dominus finden. Denk nach. Denken ist nicht so meine Stärke. Oh, selbst getisst. Mal sehen, ob das Siegel wirklich was bringt. Ja, meine Lieben. Aber ich würde sagen, das Sammeln von Informationen werden wir in der nächsten Folge machen. Ich bin, wie gesagt, immer noch sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube immer noch, dass Joshua lebt und dass wir ihn vielleicht als Gefangenen finden. Oder der Gefangene, der ist halt der andere Dominus des Feuers, der Joshua getötet hat. Sieht aber vielleicht genauso aus wie Joshua. Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich bedanke mich aber trotzdem fürs Zusehen, meine Lieben. Und ich würde sagen, wir hören und stören uns in der nächsten Folge. Tschö mit Ö.